Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Etria, Cap getockt und ihr oder ich habe es tatsächlich geschafft, hier noch diesen Trainer zu finden. Hat nur noch ein bisschen gedauert, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und jetzt schauen wir mal, wie uns der beibringen möchte, dass Vangelis seine Höhenangst verliert. Hallo, du möchtest deinem Pferd beibringen, seine Höhenangst zu überwinden? Da kann ich dir helfen. Na, das ist ja perfekt. Auf schmalen Vorsprüngen reiten. Wir müssen der Trainerin folgen, damit das Pferd die Höhenangst überwindet und das kostet 2500. Okay, für ein weiteres Tapferkeitssiegel braucht ihr Pferd einen freien Platz. Versuchen sie ein neues Pferd oder ein Pferd höheren Rangs. Ähm, aber ich habe doch schon ein Expertenpferd. Er sagt bloß, ich brauche jetzt nochmal eins. Ähm, kann ich dem Pferd nicht irgendwie das eine Tapferkeitssiegel wegnehmen? Schauen wir doch mal. Vangelis, der hat Tapferkeitssiegel. Ne, kann ich nicht. Na super, muss ich mir jetzt tatsächlich nochmal so ein Expertenpferd kaufen? oder Ja, cool. Jetzt gucken wir doch mal Cheyenne. Ne, Apache hat ja auch schon zwei. Xenica hat noch keins. Hm. Wenn ich das jetzt mal mit dem anderen Pferd probiere. Ich gehe das jetzt einfach mal mit Xenica. Ähm. Ja super, jetzt bin ich ja wieder da. Und mit Xenica kann ich es nicht machen, weil ich da wieder 58 brauche. Das ist ja cool. Also das heißt, ich muss jetzt tatsächlich nochmal ein Pferd und muss das Pferd jetzt dann auch wieder erstmal auf 58 Ausdauer trainieren, damit ich das überhaupt machen kann. Hm. Okay, dann werde ich das jetzt vielleicht erstmal probieren. Also wir tauschen jetzt erstmal ein paar von den Diamanten in EQs und kaufen uns nochmal ein Pferd. Ein Expertenpferd. Dann gucken wir doch mal hier. Wir haben einen Experten nochmal. Den holen wir uns jetzt. Und wir nennen das Pferd, ich habe doch immer keine Ahnung, wie ich meine Pferde nennen soll. Dann nennen wir es doch mal Kaiowa. Dass wir mal wieder da bleiben. Vangelis hat eine Ausnahme gemacht. Aber wir bleiben jetzt doch mal wieder bei unseren Indianerstimmen. Und dann muss ich ja jetzt auch wieder erst hier trainieren, bevor ich jetzt mit Erudio sprechen darf. Okay, dann werde ich das doch jetzt mal auch wieder machen. So, jetzt aber haben wir es geschafft. Ähm, ich weiß jetzt auch, was mein Fehler war. Und zwar habe ich bei Vangelis gedacht, ich muss das nochmal machen, dass ich durch flaches Wasser reiten kann. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also das ist Kaiowa Vangelis. Da ist sie. Genau. Also hier durch Wasser, Wind und hohes Gras. Ich dachte halt, ich muss unbedingt nochmal durch hohes Gras und durch Wasser reiten. Damit ich hier in den Schluchten zurechtkomme. Musste ich aber nicht. Deswegen waren die Tapferkeitssiegel schon voll. Das heißt, normalerweise müsst ihr nicht zwei Pferde kaufen. Ich musste das jetzt in dem Fall. Und ich habe jetzt Kaiowa erstens mal als Schwarzen gemacht. Weil mir das irgendwie ganz gut gefiel. Ich brauche ja irgendwie immer ein bisschen was anderes, damit ich nicht meine Pferde verwechsel und durcheinander bring. Ähm, trainiert ist sie jetzt auf 58, dass wir weitermachen können. Den Wind habe ich auch schon gemacht, weil den brauchen wir in den Schluchten. Und ich habe auch so ein bisschen unsere Frisur verändert und mal andere Zügel und so drauf gepackt. Damit wir mal wieder was Neues haben. So, und jetzt können wir nämlich mit dem Trainer hier die Höhenangst überwinden. Hallo, du möchtest deinem Pferd beibringen, seine Höhenangst zu überwinden. Da kann ich dir helfen. Das finde ich super. Deswegen sind wir hier. Auf schmalen Vorsprüngen reiten. Folgen Sie der Trainerin, damit ihr Pferd seine Höhenangst überwindet. Okay. Dann folgen wir dir mal. Beginnen wir damit, über diesen Felsvorsprung zu reiten. Es ist hoch oben. Wir sollten uns Zeit nehmen. Okay. Machen wir. Aber irgendwie. Also eigentlich heißt es ja, dass dieses Fell, das ich jetzt gekauft habe, schwarz sein soll. Aber ich finde es eher dunkelbraun, weil wenn wir mal gucken, das Pferd vor uns, das ist ein Rappel. Ja, der ist definitiv schwarz, aber unsere ist eher dunkelbraun. Komisch. Irgendwie kurios. Okay. Toll, dein Pferd scheint keine Angst zu haben. Wir überqueren die Brücke erneut, aber im Galopp. Okay. Machen wir. Funktioniert ja einwandfrei. Kajo hat genauso wenig Angst wie Vangelis. Okay. Dein Pferd hat nun keine Höhenangst mehr. Du kannst jetzt jede Felsbrücke überqueren. Okay. Super. Geschafft. Klasse. Jetzt müssen wir zu Erudio zurück. Und nachdem ich da tatsächlich wirklich jetzt gerade ein bisschen in den Schluchten mich ja sowieso schon verlaufen habe, werde ich das wohl nicht unbedingt riskieren, da nochmal durchzulaufen. Ah, halt, Moment, ich möchte nochmal zu unserem Freund, dem, dem Tuareg-Rubbelmeister. So. Weil ich möchte mir das natürlich nicht entgehen lassen. So. Ui. Juhu. 750. Juhu. Gut, dann gehen wir jetzt doch mal zu Erudio. Wo bist du? Da hinten. Prima, jetzt kann dein Pferd, jetzt hat dein Pferd keine Höhenangst mehr. Du kannst überall in der Schlucht nach Akudion suchen. Okay, dann werden wir das doch mal tun. Wir müssen wieder den Hinweisen folgen. Hinweis 1, 2, 3. Und dann Akudion fangen und Akudion zurücknehmen. Gut, wir versuchen es einfach mal. So, Moment, wir müssen uns hier rumdrehen. Ich glaube, so langsam kriege ich das hin mit dem Karte-Lesen, oder? Ja. Ups. Sorry, Kaiowa. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst beim Springen, weil ich irgendwie total auf die Karte fixiert war. Also hier muss ein erster Hinweis sein. Wenn ich hier dann weiter oben. Hm. Ich gucke jetzt erstmal hier unten. Das ist schade, dass man das eben immer nicht sieht, ob das jetzt oben oder unten ist. Aber jetzt sind wir schon viel zu weit weg. Also, dann glaube ich, dass es doch oben war, der Hinweis. Nein, hier, 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 hier. Ich habe ihn gefunden. Nein, da will ich auch nicht hin. Auf dem Weg befinden sich Hufspuren. Größe und Form entsprechen Errudeos Pferd. Und das scheint sich schnell entfernt zu haben. Okay. Oh, ein Pixie-Kaktus. Schnell weg. Kaiowa, wir wollen dir nicht Pixies aus dem Popo ziehen. Hm. Da denke ich jetzt mal, dass das oben ist, wenn wir uns die Karte ein bisschen angucken. Oh, jetzt hier um die Ecke wahrscheinlich, oder? Hilfe. Da war eine Wand. Das passiert mir in Star Stable auch ständig. Ich denke, ach, da ist er schon, da glitzert es schon. Auf diesem Weg sind Spuren eines Pferdes zu sehen. Er scheint aus Errudeos Richtung gekommen zu sein. Okay, den zweiten Hinweis haben wir auch. Da ist jemand, mit dem wir quatschen könnten. Mal gucken, was der zu sagen hat. Und? Und? Folge den Farbmarkierungen auf den Steinen. Sie zeigen dir, ob ein Pferd nach oben oder nach unten führt. Ach, ob ein Pfad nach oben oder nach unten führt. Für wichtige Orte gibt es auch spezielle Markierungen. Ja, das habe ich ja schon irgendwie so rausgefunden. Wo ist denn jetzt der nächste Hinweis? Der ist da hinten. Okay. Naja, dann schauen wir halt einfach, dass wir dem Weg, der hier entlang führt, weiter folgen. Dann? Das kriegen wir hin, glaube ich. Glaub ich zumindest. Also, müssen wir irgendwie hier rüber. Genau. Hier rüber und dann folge ich mal einfach diesem Weg hier weiter, um den dritten Hinweis zu finden. Da ist er ja schon. So weit war das ja gar nicht so. Die Männer und der Schweif dieses Pferdes sind blau. Kein Wunder, dass es geflohen ist. Ja, das denke ich mir auch. Ich habe ja gesagt, ich sage dazu jetzt mal nichts, wenn man ein Pferd versucht zu blondieren. So, müssen wir aber mal gucken, wo wir denn das Pferdchen finden. Das heißt ja eigentlich, oben in luftiger Höhe. Ah, da oben. Okay, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch unserem Weg einfach weiter folgen. Gut. Dann werden wir das doch mal tun. Da einfach weiter. Galoppi, galoppi. Vielleicht ein bisschen schneller. Hopp. In diese Richtung. Und dann müssten wir ja eigentlich schon bald bei Akudion sein. Und ich glaube, dass da hinten könnte er schon sein. Na. Oh Gott, Akudion. Akudion ist scheu und wild und schrecklich verängstigt. Er muss beruhigt und zu seinem Partner zurückgebracht werden. Ach, jetzt müssen wir auch noch ein Rennen machen, oder wie? Der sieht aber lustig aus mit der blauen Mähne. Ja, ich weiß ja nicht, aber irgendwie finde ich den schon sehr lustig. Hilfe. Wo bist du? Da. Gibt's doch nicht, dass der mir immer so entgleitet, wie so ein, wie ein glitschiger Aal windet sich der hier. Wenn ich irgendwann mal rausfinden würde, in welche Richtung er denn läuft, dann könnte ich ihn vielleicht auch von vorne mal kidnappen. So. Wir reiten ihm jetzt mal von vorne entgegen, weil er muss ja jetzt wieder hier rum. Yay. Aber jetzt war's irgendwie. Ich muss an ihm dranbleiben. So. Und jetzt? Oh. Das ist gar nicht so einfach hier. Nein, doch ein Piksika-Kaktus. Oh Gott, Kaiowa, es tut mir leid. Der rennt irgendwie ganz komische Achter beieinander. Oh Mann. Wir müssen also so nah wie möglich an ihn rankommen und dann könnte es funktionieren. Wo zum Geier bist du jetzt hin? Vielleicht, wenn wir ihn einfach so aufhalten, geht das? Nee. Aber es war auf jeden Fall schon mal besser. Ich hab gehofft, dass ich einfach nur... Oh, da steht er, da steht er. Nein. Bleib stehen. Hast du dich beruhigt? Cool. Dort, dort, keine Angst. Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Okay. Ich dachte, ich muss ihn fangen, aber er hat sich ja einfach so beruhigt. Das ist ja cool. Aber jetzt muss ich mir den nochmal genauer angucken. Och Gott, sieht der lustig aus mit der Mähne. Also, es sieht schon richtig, richtig aus. Muss ich schon sagen. Okay. Akudion zurücknehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wo geht es denn überhaupt hin? Ähm. Also, wir müssten theoretisch, könnten wir auch da weiter reiten. Wenn wir mal gucken. Als Zielort festlegen, vielleicht... Wenn ich jetzt aber schnelle... Wenn ich jetzt aber, ähm... Schnelle... Schnelles Reisen, oder wie heißt das nochmal? Schnelle Verbindung nicht, aber schnelles Reisen mach, dann wird der Akudion wahrscheinlich nicht mitkommen. Gehe ich davon aus. Also, reiten wir erstmal hier entlang. Und... Schauen mal. Ne, das geht in die falsche Richtung. Ich muss hier irgendwie wieder runter. Ich muss definitiv hier runter, weil hier habe ich keine Verbindung. Also... Ah, aber da hinten komme ich runter. Oder? Ja. Ich komme da hinten runter und dann kann ich hier weiter reiten. Okay. Dann machen wir das doch mal. Gehe ich hier runter. Hier. Aber hier komme ich auch runter. Gehen wir doch mal lieber hier runter. Dann müssen wir nämlich nicht weit laufen. Ja. Also, der Akudion ist tatsächlich sehr, sehr hoch oben unterwegs. Da geht es wieder rauf, aber wir wollen ja nicht rauf. Wir wollen ja wieder runter. Also, hier weiter. Geht, glaube ich, sogar in die richtige Richtung. Och, und wie brav er folgt. Ohne Strick und ohne alles. Gehe ich jetzt hoch? Nein, da kann ich doch nicht hin. Das ist vielleicht doof mit dem Pfeil. Aber ich bin ja schon fast da. So weit war es ja dann nicht. Muss ich jetzt... Irgendwo hier rauf. Oder hier rüber. Gehe mal hier rüber. Ich glaube, wenn ich hier rüber komme, dann komme ich auch wieder rauf ins Dorf. Ja, genau so war das. Ich kriege es vielleicht auch noch hin, dass ich mich irgendwann mal nicht mehr so dolle verlaufe. Vielleicht, irgendwann mal. So, jetzt sind wir im Dorf. Und da steht irgendwie ein Pferd still. Jetzt kommt... Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das nächste Pferd fangen müssen. Aber das sah jetzt normal aus. Das hat er, glaube ich, keine blaue Mähne. Wo bist du denn? Da bist du ja. Akudion, ich bin froh, dich zu sehen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht blau färben. Das tue ich nie wieder. Versprochen. Na, das will ich aber hoffen. Danke, dass du mein Pferd zurückgebracht hast. Hey. Na, jetzt müssen wir natürlich noch mehr. Das war ja irgendwas noch, was wir hier zusammensetzen mussten. Das erste Teil ist an der Küste versteckt und das zweite im Flachland. Viel Glück. Kiowa erfüllt die Anforderungen nicht. 61 und wir brauchen Wasser. Ähm, dann würde ich aber ganz einfach sagen... Ähm, nee, nicht laden, sondern koppeln. Weil ich habe ja mit... Vangelis das Wasser schon. Ähm, wenn ich jetzt mit Vangelis das annehme. Nein, das ist das... Nein, ich habe ja nicht Vangelis. So, ich muss reiten. Okay. Hm. Und wenn ich jetzt nochmal... Also, Wasser ist jetzt grün, aber jetzt brauchen wir 61 Ausdauer. Dann werden wir uns natürlich mal wieder ins Training begeben. Passt jetzt auch ganz gut, weil die Folge jetzt ziemlich lang geworden ist. Und dann trainiere ich wieder ein bisschen. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge an, was denn die fehlenden Teile sind von diesem Teleskop oder was auch immer das war. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ich wünsche euch bis dorthin alles Gute. Wenn euch langweilig wird, schaut euch eine andere Folge von einem anderen Projekt von mir an. Bis dann. Tschüss.